Ah, der hat auf jeden Fall richtig gut Saft hier auf den Rädern. Ich hab so Schiss, dass der umkippt. Was? Will das Spiel mich eigentlich komplett verarschen? Ah, da ist ein großer, starker, fetter Baum, der hält das aus. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mudrunner American Wilds auf der PS4. Ich bin KG und ja, in der letzten Folge mussten wir auf ein paar Umwegen unseren Truck auftanken. Und der steckt zur Zeit noch im Sumpf fest, wie ihr seht. Ja, heutige Aufgabe ist es, unseren Truck hier rauszubuxieren und endlich mal die Ladung zum Sägewerk zu bringen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie wir das hier veranstalten. Ähm, wir müssen erst mal auf den Truck wechseln hier. Ich denke mal, von alleine kommen wir hier nicht raus. Zumal steht der Baum im Weg, sehe ich gerade. Ey, 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 ey. Starten wir auch mal gleich das Lenkrad, ne? Ähm, ich meine den Truck natürlich. So, Motor an. Die Handbremse los. Ähm, ja, ich mach das Mikro mal ein bisschen weiter vor. Man stört das nur. Ähm. Versuchen wir mal ein bisschen rückwärts hier. Vielleicht kommen wir ja so raus, aber ich glaube nicht. Ähm, wird uns überhaupt nichts bringen. Aber jetzt kommen wir wenigstens ein bisschen. Ja, aber da stecken wir auch schon in den Schlamm fest. Sehr geil. Ähm. Mal gucken, ob wir die Seilwinde irgendwo befestigen können. Na, dann, ähm, wechseln wir mal zu dem Skida hier. Skida! Ähm. Ich hoffe mal. Ach, die Handbremse ist wieder an. Ähm. Noch mit dem verbunden gewesen, oder nicht? Ja. Dann gucken wir mal hier. Na, da wird der... Ja. Sieht doch schon mal gut aus. Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass jetzt hier irgendwas im Weg ist. Ja, das wird eine enge Kiste auf jeden Fall, sehe ich gerade. Ähm. Gucken. Ja, der hat auf jeden Fall richtig gut Saft hier auf den Rädern. Er kriegt den ja fast ohne Probleme hier hoch, ey. Hoffentlich mal die Ladung kippt uns nicht um hier. Dann können wir direkt wieder neu anfangen. Nein! Oh! Oh, je, 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 je. Ich hab Angst, dass der uns umkippt. Ähm. Äh. Äh. Wechseln wir mal den Truck. Ja. Irgendwann. Das müssen wir über dem Map machen. Ähm. So. Drückt mir die Daumen, Leute. Dass wir hier... Ja, den... Den kriegen wir... Den kriegen wir nicht raus hier. Den kriegen wir nicht hoch. Ich hab Angst, dass wir... Weil hier ist ein bisschen... Ja. Schräglage. Und wenn wir den hier weiterziehen... Ansonsten... Der wird uns bestimmt umkippen. Müssen wir mal gucken. Ach, probieren wir mal, ähm... Nochmal den Truck zu wechseln. Äh. Wir gehen auf den hier. Dann fahren wir mal ein bisschen... ...dass immer die Handbremse angezogen ist. Komm. Wahnsinn. Ja. Und sie sind hier... ...ähm... ...ähm... hätten wir den wenigstens in die Richtung hier rausgezogen kriegen. So. Da hoch können wir nicht... Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Boah, der kippt, der kippt. Ach, kann doch nicht so schwer sein hier. Ja, wenn der Fels jetzt nicht im Weg wäre, dann könnten wir den geradeaus hochziehen. Ja, das ist wieder spannend hier heute. Spannende Folge. Ich guck mal, dass wir den vielleicht hier sind. Oh, nee. Das ist ein bisschen... Oh. Dass wir wenigstens hier rumkommen. Unsere Ladung darf nicht umkippen. Oh, 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 oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, die stehen schon ganz schief hier, oder? Können das packen. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich hab so schießt, dass er umkippt. Oh, ja, 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 ja. So. So, jetzt sind wir hier, aber wir müssen, ähm, wir müssen eigentlich den Berg hoch. Wir müssten eigentlich den Berg hoch, Leute. Weil auf der rechten Seite fängt das Sumpfgebiet an, da kommen wir überhaupt nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier hoch. Ich hätte da nicht runterfahren sollen. Wir probieren's einfach. Und wenn wir uns der umkippt, dann... Und wenn wir uns der umkippt, dann... Ah, ich glaub, das klappt, Leute. Ich hoffe doch. Ah, jetzt hängt der... Das kann doch nicht wahr sein jetzt, ne? Kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, wir probieren nochmal was anderes. Das ist nicht so geil. Wir probieren's. Wir probieren. Though. Ja, wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt mal zu See gewährt. Das wäre mal geil. Dann haben wir unsere erste Fracht nach mittlerweile sieben Folgen erledigt. Nicht mal sieben Folgen haben wir gebraucht, um überhaupt hier das mit dem Holz erledigt zu bekommen. Also, naja, ich hoffe, euch gefallen die Videos, die Folgen, die ich mir mache. Ich denke mal, das kriegen wir heute hin hier. Das sieht doch ganz gut aus. Nur schlecht wäre, wenn der uns wirklich umgekippt wäre. Dann hätten wir, glaube ich, nochmal neu anfangen können. Ich weiß es nicht genau, aber kann ich mir nur denken. Ja, komm, wir ziehen uns direkt gleichzeitig mit raus hier. Gott sei Dank hat der Allrad. Das würden wir gar nicht von der Stelle kommen wahrscheinlich. Ich sehe schon, dass wir uns hier gleich auch noch ausziehen müssen. Wenn wir da nicht durchkommen, wenn wir da nicht durchkommen. Ich hoffe mal nicht. Ja, komm. Du schaffst es. Gib Gas. Ja, 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 ja. Jawohl. Endlich sind wir auf der Straße. Aber für lange gearbeitet hier. Lockstelle nur Trucks ohne Holz. Was? Ich will das Spiel mich eigentlich komplett verarschen. Wie sollen wir dann zum Sägewerk denn kommen? Ja, das muss mir jetzt mal einer erklären. Wie sollen wir sonst, ähm, zum Sägewerk kommen, wenn wir hier nicht durch können und hier auch nicht? Hier überall, ähm, rumfahren können wir, glaube ich, auch nicht. Dann müssen wir hier, ähm, weiß auch nicht, was hier ist. Aber wir können auch nicht einmal komplett rumfahren. Das habe ich aber noch. Nur Trucks ohne Holzladung dürfen passieren. Aber warum? Ja, ich vermute mal, ähm, wir werden uns einen anderen Weg, ähm, hier durchbahnen müssen. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Und die einzige Möglichkeit, die, die ich sehe, ist komplett außenrum zu fahren. Weil wir kommen hier nicht durch, wir kommen da nicht durch. Da sind jeweils zwei Verbindungen übers Wasser, wo wir nicht durch können. Das heißt, die einzige Möglichkeit bleibt noch hier. Nur ich sehe auch, ähm, ich glaube, das müsste eine Brücke sein. Nur, ich frage mich, was die Dinger hier sind. Nicht, dass wir da auch nicht durchkommen. Aber ich sehe da keine andere Möglichkeit. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Truck, ähm, zurückboxieren können. In, äh, der Lage, in der wir jetzt sind hier. Ähm. Wir werden auf jeden Fall mal gucken. Dass wir den irgendwie, ähm, dass wir den irgendwie noch zurückkriegen. Ähm. Wir müssen so langsam wie möglich, äh, nach hinten fahren. Im Gerade zumindest. Weil, selbst wenn ich den gerade halte, ihr seht, der zieht, der zieht sofort zur Seite. So. Vielleicht ein bisschen, äh, schräg fahren. Sodass wir ein bisschen mehr Freilauf haben. Ja, sobald... Na, wir können den... Irgendwann natürlich den Berg hier runterfahren lassen, aber... ...würden wir den nochmal hochkriegen, ist die Frage. Uiuiui. 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 Uiui. Wenn man okun will... Shit. Ach, Leute. Ja, jetzt können wir auch nirgendwo die Seilwinde hier anbringen. Ah. Oh, oh, oh. Ja, jetzt haben wir ein Problem, Leute. Jetzt haben wir ein Problem. Oder? Oh. Verzeih mir meine Spielweise. Aber anders geht es nicht. Mal mit Schwung. Ach, jawoll. Das haben wir geschafft. So. Licht an. Wollen wir mal eine kleine Fahrt machen. Eine kleine Fahrt ist gut. Wir haben eigentlich eine längere Reise jetzt vor uns. Sollten wir da wirklich drüber kommen, dann, äh, haben wir echt Glück. So. Ja, ich glaube, die Map ist auch nicht so groß gewesen. Da werden wir, ja, da sind wir jetzt schon hier oben. Leute, guckt mal hier. Ähm. Da werden wir einfach nur hier rüberfahren. Ich hoffe, das geht mal hier so rum. Und dann kommen wir hier hoch. Ähm. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall trotzdem noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob der Weg da weitergeht. Mhm. Drücken wir die Daumen. Gehen wir hier rum? Hoffen mal. Ja, 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 ja. Sieht aus. Sieht sehr gut aus. So viel Aufwand für ein bisschen Holz. Aber das passt schon. Kriegen wir auch noch geschafft, hoffe ich. Ja. Also die Fahrphysik und die Physik an sich, die ist schon echt übel hier. Man muss auf jede Kleinigkeit achten. Falls du da einen Fehler machst, dann, äh, dann stecken wir entweder fest oder kommen nicht mehr so einfach zurück. Ja. Jetzt kommt da unten gleich die Tankstelle oder was da da unten war. Ja, da war die Tankstelle, genau. Die muss jetzt gleich nach dem Berg hier irgendwie kommen. Ja. Ja, das mit der Blockstelle, das wird mich mal interessieren. Ja, ich vermute mal, dass es absichtlich so gemacht, dass man sich einen längeren Weg, ähm, hier durchbahnen muss. Aber sonst wäre das einfach, glaube ich, zu einfach. Ja. Ja, jetzt kommt die Tankstelle. Oh, oh. Den Lenker kannst du auch nicht außer Acht lassen. Sobald du da, äh, einen Moment loslässt oder einfach fährst, dann hast du ein Problem. Oh. Wasser über der Strecke stand da. Die Straße. Der, der holt jetzt hier hoch. Komm, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Oh, der quillt sich wieder den Berg hoch. Ja. 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 Jetzt müssen wir gleich, glaube ich, schon, ähm, unten sein, wo noch nicht, nicht, ähm, freigefahrener Bereich war. Äh, ja, wir sind gleich hier vorne. Gucken, wie es weitergeht. Wir brauchen die Strecke einfach nur, glaube ich, äh, straight geradeaus fahren. Ja, was ist da? So, jetzt einfach rollen lassen. Ziehen Gas nur. Ja, nicht irgendwo anstoßen. Tatsächlich kriegt der schnell Schaden, wenn der irgendwo gegenprescht. Hm. Äh, Moment. Ist das überhaupt richtig? Ja, ist richtig. Bloß kein Fehler machen jetzt. In den letzten Momenten. Ich muss ja bald am Ziel sein hier. Ich weiß nicht, ob das eine Brücke ist oder ob man, ja, wieder nicht passieren kann. Dann haben wir nämlich ein Problem. Dann weiß ich nämlich auch nicht weiter. Ja. Ja, es ist eine Brücke. Leute, wir haben Glück. Es ist eine stinknormale Brücke. Ja. Sehr geil. Wir kommen doch noch zum Sägewerk heute. Ja. Wir haben immer den Berg hochkommen. Hier ist die Straße auch schon zu Ende oder was? Nee. Geht hier weiter. So. Schauen wir gleich mal, wo wir weiter landen müssen. Ja. Ja. Wir gucken mal, wollen wir den, ich weiß nicht, ob der Weg sicherer war, also auf jeden Fall den kleinen Weg sollten wir nicht fahren. Wir fahren auf der großen, breiten Straße, damit wir so wenig Schiebfahne wie möglich haben. Eieiei. Ja. Boah. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Straße. Heißt Wasser auf der Straße. Ja, toll. Ähm. Das Spiel macht es uns wirklich nicht leicht. Da kommen wir nicht durch. Ich kann jetzt auch nicht rückwärts fahren, glaube ich. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir da uns, ob wir da, ob wir uns da irgendwo rausziehen können. Was denn, wenn wir hier rüberfahren einfach? Wir ziehen uns irgendwo mit raus hier. Ah, da kommen wir mehr in den Schlamm, glaube ich, gleich rein. So. Wir arbeiten uns einfach mit der Seilwindel durch. Haben wir bis jetzt immer geschafft. Das werden wir jetzt auch hinbekommen. Ah, da ist ein großer, starker, fetter Baum, der hält das aus. Ja, perfekt. So. Dann suchen wir uns direkt den nächsten Baum. Ähm. Ich glaube, der wird gut sein. Da sind wir wenigstens auf der Straße wieder. Haben wir ein bisschen Grip hier. So. haben wir doch eigentlich easy, easy geschafft hier. Locker und flockig drüber. Das heißt, wir sind gleich am Segelwerk. Das heißt gleich. Wir können auf jeden Fall der großen Straßen folgen. Oh. So. Guck mal, ob die nächste Abbiegung kommt hier. Brems, Brems, Brems. Ja. Das müsste gleich irgendwo Abbiegung kommen. Wo wir runter müssen. Oder wo? Ich weiß gar nicht mehr, dass wir das letzte Mal dahergefahren sind. So. Ähm. Ich glaube, hier geht's links zum Segelwerk. War doch das, ne? Ja, genau. Wir müssen links jetzt zum Segelwerk. Und dann sind wir auch gleich schon da. Ähm. Das sieht sehr gut aus, Leute. das sieht sehr gut aus. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Folge diesmal wird. Ich hoffe nicht allzu lang. Ich wollte hier nicht 40 Minuten aufnehmen. So. Dann sind wir auch gleich schon hier unten. So. Ey, es kippt ja nicht um. So. Da kann ich mir schlecht. So. Wir sind am Segelwerk. Ich hoffe, wir müssen jetzt wieder richtig einparken. Ja, dann knalltet heute aber hier. Ach. Truck entladen. Jawohl. Leute, wir haben unsere erste Ladung abgeladen ins Segelwerk. Das kann nicht wahr sein. Ähm. Das war jetzt die siebte Folge Mudrunner. und wir haben unsere erste Ladung Holz abgegeben. Das war eine artisch schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Ja. Ähm. Wie ihr seht, müssen wir ähm. Am Segelwerk 2 hat sich der Ladebalken ähm. Erhöht. Ist auch schon fast voll. Ich vermute mal, wir müssen nochmal fahren, dann haben wir den voll. Und oben Segelwerk 1 wird auch noch ein bisschen dauern. Äh. Wir machen in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter. Suchen uns die nächsten Ladungspunkte, wo wir Holz aufladen können. Ich bin mal gespannt, was uns in der nächsten Folge noch erwartet. Ähm. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt das Däubchen hoch. Ähm. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ansonsten sage ich mal äh. Ciao. Tschüss. Musik 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 Musik